Guck mal. Na, du kommst doch nicht hin. Nein, ich traue mir nicht immer hin. Ich sehe nichts zum sehen. Gibt es keinen Kindergarten? Nee, kannst du mal anschauen, wie das ausschaut. Gibt es keinen Kindergarten heute? Aber wenn es nicht sehen kann, dann kommt es nicht hin. Das sind auch noch meine Klamotten. Aber wie ich geschockt habe, 20 Euro, ein Stück. Ja, 20 Euro. Ich meine, bei uns im Shop die Ohren, das ist auch nicht mehr davon. Ja, mehr davon ist schon. Da kommst du schon, weil das Tigert das Tigert ist. Ja. Ja, weil es irgendwie sieht aus. Ja. Das ist klar. Das ist klar. Das ist klar. Das ist klar. Ja. Das ist klar. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute.